Eins der nächsten Projekte wird sein, wir haben jetzt den kleinen Bibelkurs, den der Robert A.D. geschrieben hat und wir wollen mit viel Mut vielleicht einen kleinen Korankurs anhängen, was in diesen Zeiten etwas zwar nötig, aber schwierig ist, aber durch die Flüchtlingssituation natürlich verschärft wird. Trotzdem glaube ich, kann man das so machen, dass man beiträgt zur Aufklärung über den Islam und den Koran und dazu muss ich sagen, ich war im Urlaub in den Emiraten dieses Jahr und habe dabei im Urlaub den ganzen Koran gelesen, samt der Scharia. Das war nicht einfach und das wird irgendwann eines der nächsten Projekte sein, was man halt mit vielen Fingerspitzengefühlen hoffentlich, also wenn ich das schaffe, das angeben muss. Aber das, ich kann es jedem nur raten, das ist sehr interessant, das zu lesen. Das ist ungefähr so wie das alte Testament. Was haben Sie denn da für Erkenntnisse gewonnen, wenn Sie jetzt die Bibel kennen und den Koran gelesen haben, gibt es da Parallelen oder gibt es besondere Unterschiede? Also es gibt, es gibt, es ist ungefähr das, was im Alten Testament auch an Gewaltempfehlungen drin steht und an nicht mehr zeitverträglichen, nicht mehr kompatibel mit der heutigen Zeit ist der Koran, muss ich mal ganz mutig sagen, voll davon. Es gibt Dinge, die sind so nicht mehr, also einfach überhaupt nicht zeitgemäß für keinen Teil der Welt und vertragen sich auch nicht mit den Menschenrechten hier. Und der Unterschied ist natürlich, dass viele Moslems total korantreu sind und das immer noch sich auch nicht lösen wollen und manche sehr distanziert und liberal sehen mittlerweile. Aber ich habe neulich einem Moslem empfohlen, den Koran zu lesen. Ich habe gesagt, liessen einmal und schauen, was alles drinsteht, auch was bei der Scharia drinsteht. Es lohnt sich wirklich, sich damit zu befassen. Wir müssen uns befassen alle, weil die Zeiten so sind, dass man es nicht beiseite stellen kann. Ich würde es auch jedem Journalisten raten. Also es ist mühsam, weil man manchmal ein bisschen einschlaft dabei, aber man wacht immer dann wieder auf, wenn es empfohlen wird, den Ungläubigen den Kopf abzuschlagen. Als Hörbuch. Also es ist durchaus ein Diskussionsthema und es lohnt sich, sich damit zu befassen. Ja, wir haben natürlich die ganze, also der Freund von mir, der Robert A.D. hat die ganze Bibel wirklich durchgefilzt und hat sie nach völlig unsinnigem, zum Beispiel steht drin, du sollst kein Aas essen, du sollst es einem Ausländer verkaufen. Also es steht Zeug drin, also es steht unglaubliche Dinge, dann ist Inzest beschrieben bei Loths Töchtern, die haben, also da war irgendwie Kindermangel, Männermangel. Dann hat sie, eine Tochter hat gesagt, wir machen den Vater betrunken und legen uns dazu und ich schaue mal, ob es klappt. Und dann hat sie gesagt, ja, es hat geklappt. Und dann hat sie gesagt, du kannst, jetzt kannst du zu ihm gehen und beide wurden schwanger und bekamen Kinder und die Söhne hießen so und so und so und so. Und dann heißt es ja immer, die Bibel ist in allen Teilen heilig und wahr, sagt der Papst, und ich vermute, er hat sie nicht gelesen. Man müsste, man sollte sie wirklich lesen, es sind, oder es steht drin, diese Frau hatte so und so viele Söhne, zwei Seiten weiter steht das Buch, ein anderes Buch, da hatte sie keine Kinder. Sie blieb kinderlos. Es sind viele Ungereimtheiten, Unverträglichkeiten, was einfach daherkommt, dass die Bibel von, glaube ich, mindestens 80 bis 200 Autoren beschrieben worden ist. Und viele Übersetzungen gibt, die alle was anderes sagen. Also wer da will, der kann auch mal reingehen. Ich glaube, in der Lach und Schieß machen wir es irgendwann demnächst. Mein Lieblingssatz, kommt der da drin vor, wo es ist, und Gott verbarg sich hinter einem brennenden Dornbusch. Mein Gott sich hinter einem brennenden Dornbusch versteckt, die war rum, auch immer. Also da kann man, das ist irgendwo in der Lach und Schieß ist es irgendwann mal, das können Sie gerne reingehen. Vielleicht legen wir es auch als Büchlein auf zum Verkauf, aber so meinst du es immer nicht. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos reingeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.